Hallo, ich heisse Alessia und mein Job ist Lichtathletik. Ich mache Lichtathletik schon seit eineinhalb Jahren. Es macht mir einfach mega viel Spass und mir wird nie langweilig. Wenn der Starter schiesst, dann könnt ihr auch nicht auf den Mund schauen, sondern ich muss hören. Das ist eigentlich eine Reaktionsübung. Das ist wie beim Sprint, wenn man eine halbe Pistole Bäm macht, dann muss man gleich gehen. Also jetzt dich, fahrt es an mit den Knie hochnehmen, kurze Schritte und die werden immer länger. Und ihr müsst wirklich Vollgas durch. Schauen wir mal. Beim Sprint bin ich am meisten aufgeregt und es ist auch am anstrengendsten. Ich bin mega am Atmen und ich muss halt Vollgas geben. Ich habe Nagelschuhe, weil sie besseren Halt am Boden haben und ich schneller mit denen bin. Der Anlauf ist wichtig, weil dann springt man auch gut ab. Das sind meine Medaillen drin. Diese Medaille ist vom Schweizer Finale. Da bin ich die zweite geworden. Das ist eine Goldmedaille. Das ist noch eine vom Kantonsfinale. Da bin ich auch die zweite geworden. Ich habe mich mega gefreut, dass ich zweite geworden bin. Mein Ziel ist, dass ich später Profisportlerin werde. Hallo, ich bin Alessia und das war mein Hobby, Lichtathletik. Wenn du auch ein Hobby hast, dann melde dich bei srfzamba.ch.